Erlebnistourenfest 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 ist für uns auf jeden Fall jetzt schon eine Herausforderung, weil wir im Rahmen des Rondevu der Besten auftreten werden und wir freuen uns jetzt schon riesig, viele tolle Ereignisse gemeinsam als Mannschaft erleben zu dürfen. Wir freuen uns riesig auf das Erlebnisturnfest. Wir finden das besonders klasse, dass diesmal wirklich dieses Rendezvous mit da drin steckt, dass wir mal was Neues erleben. Und wir sind besonders froh, dass unsere befreundeten Gruppen da sind, dass wir das mit denen zusammen erleben können, die ganzen Spiele. Und nicht nur den Wettkampf, sondern wirklich da absolut Spaß haben bei den ganzen Veranstaltungen. Erlebnisturnfest! Seid dabei!